Ich zeige euch jetzt, wie man ein 5-Eck zeichnet. Dazu braucht man ein Blatt Papier, ein Deodreieck oder Lineal, am besten wäre ein Deodreieck und ein Bleistift. Man zeichnet sich eine schräge Linie und im 90-Drad-Winkel zu dieser Linie zeichnet man sich eine gleichlange Linie. Dann zeichnet man sich ungefähr in eine verlängerte Linie. Mit diesem Kreis hier kann man die Winkel messen. Hier in dem Fall benutzt man den äußeren Kreis. Sollte 56 Grad betragen, benutzt den äußeren hier und zeichnet eine ebenfalls gleichlange Linie. So, senkrecht runter. Jetzt zeichnet man sich auch wieder eine Hilfslinie hier oben dran. Jetzt benutzen wir den inneren. Kreis. Also den Gelm hier. Zeichnet dann auch wieder senkrecht. Alles 56 Grad. So. So. Und verbindet das Ganze. Die Linie sollte 56 Grad haben und sollte ebenfalls gleich lang sein. So. Und dann verbindet man hier oben. Einfach. Ja. So.